So, heute geht's nach Oberhausen, 17.06. Leider bin ich heute als Kämpfer nicht dabei, aber als Zuschauer. Ja, wir fangen jetzt an mit dem kleinen Training. Das muss ja sein, ohne Training geht nichts. Ja, wir werden ein paar treffen heute. Kerem und Stefan, alle sind dort und natürlich die üblichen Verdächtigen, die kommen mit uns. Fahr doch mal, Mann, geradeaus. Was steht euch auf dem Trainingsplan? Heute haben wir jetzt erstmal ein kurzes Warm-Up. Wird auch kurz und knackig heute. Ein bisschen warm fahren mit dem Fahrrad, dass die Knie durchblutet werden und dann machen wir ein bisschen Krafttraining. Ich denke, noch eine Woche darf ich die Knie nicht so belasten und dann denke ich, geht's wieder richtig los. So, willst du hier weiter? Ja, bekannte Übung, Latzug. Ich muss dazu sagen, diese Übung mache ich eigentlich fast nie. Es ist jetzt einfach nur, weil ich die Beine nicht belasten kann. Es ist mehr Fokus auf dem Oberkörper und von daher pumpen wir jetzt mal ein bisschen. Die nächste Übung ist optimal für jeden, auch der jetzt kein Homegym zu Hause hat. Die kleinen Push-Ups, könnt ihr einen Stuhl nehmen oder auch wie auch immer könnt ihr eure Beine ablegen und deswegen haben wir das Online-Gym ins Leben gerufen. www.christian-eckelin.com. Ich und mein Team machen euch in 90 Tagen fit und jeder, der wirklich Wert auf seinen Körper, auf Sport legt, der sollte die 90-Tage-Challenge auf jeden Fall machen. Die nächste Übung, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall mache ich die sehr gerne für die hintere Muskulaturenkette und dass ich nicht so viel Muskulatur und Substanz jetzt von den Beinen verliere. Aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie die Übung heißt, ich habe keine Ahnung. Muss euch ehrlich sein. Nächste Übung, Dips. Die Übung kennt jeder. Gängige Übung, wo jeder eigentlich mit einbauen kann. Wichtig für den Trizeps und Brustmuskulatur. Was denkst du noch? Dips, was wäre da so dein Rekord? Ich weiß nicht, 20, 25? Würde ich sagen jetzt. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch noch nie gemacht, siehste. Nächste Challenge, aber heute... Erzähl mal, was gestern Abend los war. Heute bin ich schnell in der Lage, hier irgendwelche Rekorde aufzustellen. Wir waren gestern, wenn wir mit Haftbefehl ein bisschen feiern. Ja, wir waren bis 6 Uhr einfach weg. Aber gut, muss auch mal sein. Lass den Schlaf einlachen. Er hat ja heute um 11 Uhr Fußballspiel gehabt. Kannst ja nicht alleine gehen lassen, also war ich um 10 Uhr wieder wach. Nächste Übung ist für die Schultern. Bei mir heißen einfach Butterfly. Ich habe keine Ahnung, wie sie richtig heißen. Wenn das jeder von euch zu Hause irgendwie selber verwenden will, das ist wie ein kleiner Zirkel. Es wird ohne Pause jede Übung gemacht. Wenn ihr eine Runde durch habt, habt ihr eine Minute Pause. Und das Ganze fünfmal. Wir testen heute das neue Eselkir, Pink Grapefruit. Richtig brutal. Heute machen wir was Spezielles, was wir im Sommer eigentlich immer machen. Hallo, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein oder was? Ja. Oder wie oder was? Hast du Eiswürfel? So, Eiswürfel, nicht vergessen. Ich wollte die auf jeden Fall mal zu Hause ausprobieren. Einfach geil. So, jetzt machen wir was für die weiblichen Zuschauer. Es ist ganz schön warm hier drin, gell? Du hast auch unheimlich viele weibliche Zuschauer. Deine Freundin guckt ihn zu. So, machen wir den Test? Jawoll. Probier selber, was soll ich sagen? Pink Grapefruit ist richtig brutal. Schmeckt sogar wirklich wie Pink Grapefruit. Ich liebe Pink Grapefruit. Also schmeckt wie Pink Grapefruit und hier steht was drauf. Pink Grapefruit. Jetzt geht es an den Pool, genießen den Shake und gehen noch eine Runde schwimmen. Da geht es nach oben aus. Auf geht es. Kommst du mit? Kommst du mit? Robert, bist du auch schwimmen? Ich gehe auch schwimmen. Kissa, du bist ganz schön bei Rot. Ich bin Braun. Ich bin Südländer. Falls ihr es noch nicht wusstet, die ESN Week hat begonnen. Seit 12 Uhr ist sie im Gange. Ihr bekommt bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel bei ESN. Außerdem verlose ich sieben Pakete Isuclear, Kreatin und Etilstack. Ihr müsst einfach die Bestellbestätigung an diese E-Mail hier unten schreiben und alle anderen Sachen werden euch hier eingeblendet. Mit dem Code Eckerlin, wie gehabt, maximalen Rabatt. Auf geht's. Johnny. Mach mal dein Torwärtsalto. Wo geht das? Video. Nur noch Bio. Hey, buddy. Hey, die haben sich alle vermisst. Hey, buddy. Komm, wir müssen. Wohin? Wohin? Ohne Bier? Ja, klar. Durchfahren? Kann er mit durchfahren? Ich hab doch extra den zu dir getan. Alter, der nervt doch schon. Achso. Der nervt, aber wie? Was bist du für ein dreckiger Egoist, Alter? Ja, Egoist, guck mal. Ja, siehst du mal. Dreckig. Jetzt steht er auch ne Bier da. Christian, was steht an, wenn wir in Oberhausen ankommen? Wir haben erstmal ein Fan-Treffen. Fotos, Autogramme, alles. Ich weiß nicht, was sie geplant haben. Was denkst du, wie viele Leute werden da früher da sein? Ich hab keine Ahnung. So Christian, das Auto ist man ja auch richtig einbein. Was schätzt du denn, was das Auto von 100 auf 200 für eine Zeit schafft? 100 auf 200. Sieben Sekunden? Sieben Sekunden? Boah, das wäre eine krasse Nummer. Ne, nicht? Ja. Sieben Sekunden wäre schon krass. Dann sag ich 7,5 und 5. Ich sag... Ich sag 10,2. Echt, ja? Ja. Boah, 12 Sekunden ist schon lange. 12,5. Wieder Robert Tranchul. Jetzt sind wir hier wieder rausgezogen vor der Arena. Robert, was hast du falsch gemacht? Kein nichts. Allgemeine Verkehrskontrolle? Allgemein. Das ist aber richtig allgemein. Das ist richtig allgemein jetzt. Das ist richtig allgemein. Mach doch mal, Mann. Fahr doch mal, Mann. Geradeaus, Alter. Bist du hängen geblieben, oder was? Komplett behindert, Alter. Ich schwöre dir. Das ist richtig komplett dumm, Alter. Ich schwöre dir. Domi, erzähl mal, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Was geht bei dir jetzt? Ja, aber sofort wiedererkannt, oder? Ja, natürlich. Ja, eine muss doch für euch alle arbeiten. Weißt du doch. Du machst ja nichts. Du spielst ja, hab ich noch gehört, UNO. Seit Neuestem. Ja, nun Vollgas gegeben. Bisschen auf die Arbeit konzentriert. Und vor allem aber auch, musste ich mich mal um die Familie, um meine Mutter mal ein bisschen kümmern, weißt du. Deswegen habe ich so ein bisschen auf low gemacht, auf Stand-by. Aber jetzt bin ich wieder da. Jawohl, der Power. Ja, dann muss man es jetzt wieder öfter sehen. Jetzt geht es wieder los. Jawohl. Können wir auch ein Foto machen, bitte? Ja. Können wir ein Foto machen? Können wir ein Foto machen? Ja. Mo, bitte lass mich in Frieden. Darum ärgerst du mich. Ich darf ein Foto machen mit dir. Er ärgert mich. Ich hab keinen der Tommy. Mit mir machst du nicht, ne? Nein, nein, nein. Er will Bier klauen. Christian hat mir gesagt, ich soll sein Bier beschützen. So, wir haben das Bier von Christian. in Empfang genommen. Ja, Moment, du übernimmst die Fotos oder was? Da hab ich eingestellt jetzt, guck. Jeder gibt dem Handy. Das ist gut. Das ist gut. Wie war die Fotos? Genau so, wie ich es mir erwartet habe. An alle, die da waren, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Normalerweise waren es 45 Minuten, aber wir haben einfach mal eineinhalb Stunden gemacht. Nummer 2 in der FETESEN in der »Sserie«. Erzähl uns mal, wie geht es denn damit? Ich gebe mir Handschuhe und ich kämpfe. Es ist einfach ein Wahnsinn. Ja, normal. Einfach ein Wahnsinn, wo wir Deutschland hingebracht haben. Ich will nicht sagen, aber wir haben noch zwei Veranstaltungen dieses Jahr. Einmal Frankfurt, einmal Köln. Auf einer Veranstaltung werde ich auf jeden Fall kämpfen. Mit oder ohne Knie, drauf geschissen. Und nur beim Aachen ist das okay. Was wollt ihr, Freunde? Ist Christian Eckerling bereit, bald wieder in Frankfurt in den Käfig zu kommen, oder was? Ist das Eis seit einer Stunde? Wie geht das? Das ist dein fünftes Eis, glaube ich. Es ist dein fünftes Eis, Friedrich. 600 Euro Eintritt bezahlt. Was denkst du, wie viel Eis ich dafür esse? 600, oder? Wie viel? Ich habe dir grob gesagt, vier bis sechs Wochen, vier bis fünf, drei bis fünf, irgendwie sowas habe ich gesagt. Kommt jede Menge auf euch zu. Dann könnt ihr euch mal nicht warten. Hat er recht. Ich kann nicht viel wegnehmen, aber ja. Die Glück-Blocks kommen wieder zurück. Tommy ist zurück. Was erwarten uns noch für Kämpfe? Auf jeden Fall die zwei Turnierkämpfe. Grabinski und Jungwirth. Dann haben wir den Hauptkampf noch mit Popek. Was ist deine Prognose für den Jungwirth-Kampf? 50-50. Grabinski, denke ich, macht's. Obwohl es auch ein schwerer Gegner ist, aber ich denke ja. Martin Mojave-Rabinski. Ich bin ein schwerer Gegner, aber ich hätte es ihm gerne gegönnt sein. Für mich war er mein Favorit in dem Turnier. Aber ich habe auch gewalt. Ich bin ein herzlicheroure Sie. Für mich war es nicht. Ich bin ein schwerer Schmerz. Christian Vincent de Vakil. Jürgen, Jürgen! Das war ja Wahnsinn, Alter, geil, geil. Kаться jetzt an! Erste Reaktion zum Kampf? Ja, brutal! Robko Wunder der Vorderhandsdorf, die Schützen hat einen brutalen Kampf abgeliefert. Wahnsinn! All for the winner! And to the same final, it's going... Bojan! Pro-Presence! Vrnishkovic! Let's go, Vrnishkovic! Let's go, Vrnishkovic! Ich hab mir gedacht, Liko sterbe ich. Liko sterbe ich. Zack. Respekt. Ich mach gar nichts, wenn ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. Alexander Eironsai Poppe! Guck mal, seine Beine an, schnell! Guck mal, ich mach mal! Guck mal, ich mach mal! Guck mal, gut! Guck mal, Leute! Geile Veranstaltung! Geile Kämpfe! Ich war viel zu spät, aber ich hab noch das Beste mitgenommen. Guck mal! Ich bin immer zu spät! Ohrisch! Guck mal, nein, wir sind nie selbst. Ein neue Interim, Light-Having-Day-Champion of Astronom-MMA! Boot! Blank! Aber knapp am Ende, der hat es abgegeben. Scheiße. Was sagst du zur Barmstadt heute? War geil, aber leider haben unsere Männer heute nicht ganz so den Sieg holen können, wie ihr erhofft. Schade, aber nächstes Mal. Vielen Dank an alle, die hierher gekommen sind. Ganz einfach. Mehr kann es statt zu nicht sagen.